Hi und willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Heute mal wieder eine Runde von Minecraft Murder Mystery. Und ich habe das jetzt erstmal vor, wieder anders zu machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wie ich habe mal Runden oder mal Bad Wars gespielt mit einem Shader, der ein bisschen interessanter war, was sich so alles bewegt hat. Ja, gut. Und das will ich halt auch mal machen, weil das damals auch so cool ankam. Und, ne, hier ist es nicht. Da, Shader so. Und wir finden den hier oben. Ich frage mich einfach nicht, warum ich ihn hier zweimal drin habe. Ich weiß es selber nicht. So. Und es geht auch schon los. Ja, und dann werden wir mal gucken. Wir haben eine 10%ige Chance. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall sieht das sehr interessant aus. Wie sonst auch. Leider sind wir wieder unschuldig. Wie immer. Wir sind einfach nur richtige Lappen, die einfach nichts auf die Reihe kriegen, weil wir nie Mörder werden. Nehmen wir hier rein. Ja, perfekt. Kaktusreiniger, zwei Gold. Was ist das? Du hast einen Kaktusreiniger erhalten. Kaktusreiniger. Achso, okay. Lass das mal ausprobieren. Müssen wir mal was testen bei diesem Spiel, ne? Oh. Ah, KT. Ah, ja. Hey, Alter. Und gleich nochmal zwei Gold dazu. Und gleich nochmal. Alter. Hier ist wieder Goldspaß, Junge. Das hat dir doch voll gelohnt. Mein Gold. Das hat sich ja richtig gelohnt, Mensch. Gold. Nein. Nein. Ah, shit. Ich glaube, ich habe es nicht bekommen. Ich glaube, ich habe es nicht bekommen. Nein. Hm. Oh, ich bin schon wieder unschuldig. Warum? Warum, Bruder? Warum tust du mir das an? Ist das Spider-Man? Warum tust du mir das an? Sieht aus wie Spider-Man, ne? Oder? Hey, lass doch mal stehen, mein Freund. Hey, du bist voll cool, Mann. Warum muss der ausgerechnet Mörder sein? Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, wie geil war das denn, bitte? Okay. Star Delova 666, okay? Interessanter Name. Okay, das ist sehr komisch, dass er ein Skinner, aber okay. Das ist, glaube ich, mein Kollege. Ja, das muss mein Kollege sein. Wir bleiben mal zusammen. Wir müssen jetzt Team arbeiten. Das sieht einfach so geil aus, Alter. Wie sich alles so bewegt. Der muss hier in der Nähe sein. Der hat hier ausgeteilt. Die waren eben noch nicht hier. Eben war ich noch alles frei. Aha. Perfekt. Einen haben wir. Einen haben wir schon mal. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur warten. Bis wir gewinnen. Ne, weil die Zeit läuft ja auch irgendwann ab. Scheiße. Aha. Eben. Eben. Cool. Okay, wir müssen schlau vorgehen. Wir müssen sehr schlau vorgehen. Zack. Okay, den ersten haben wir schon mal. Das ist auch gut so vorzugehen, weil das bekommen die wenigsten mit. Der hat mich nicht gesehen. Hat mich nicht gesehen. Warum schreibst du das in den Chat, du Junge? Alter, was ist los mit dir? Das soll man doch nicht in den Chat schreiben. So, wo finde ich denn noch schöne Leute, die mir an Eiskalt einfach irgendwie überfallen kann, ohne dass sie einen bemerken. Kennen. Der Ohr hat doch irgendwo einen gesehen, ne? Hm. Hey. Okay, hinten war einer. Na. Ja. Erwischt. Erwischt, Bruder. Läuft. Wir sind auf Gewinnerschiene. Nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Detektiv war. Aber ich glaube, wir haben beide schon erwischt. Glaube ich. Okay, nein. Es hat einen Bogen. Lauf. Warum hänge ich den nicht fest? Oh Gott. Alter. Bruder, hilf mir. Oh. Ah. Ha. Ha. War doch gerade jemand. Da hinten. Ich wusste doch, ich hab da jemanden Augenwinkel gesehen. Die Unschuldigen gewinnen in 60 Sekunden. Nein. Nein. Verdammt. Er hat mich erwischt. Komm, Bruder. Du schaffst das. Nicht verstecken. Da hinten war doch noch jemand. Knall ihn ab. Treff. Feuer. Bring ihn um. Nein. Boom. So. Nächste Runde. Neues Glück. Hui. Wer das immer noch so cool aussieht. Du hast nichts zum Schenken in deiner Hand. Goldmunch. Kali hat dein Geschenk akzeptiert. Okay. Das war das Reh. Was ich da... Ah ja. Wo ich da raufgestellt habe. Und dann sind wir einfach tot. Als er gesagt hat, äh... Ähm. Warte. Was passiert mich da rauf vorzunehmen? Ach, hier ist das. Ach, doch. Das ist doch noch da. Oh. Ja. Das war wahrscheinlich der Fluch. Geile hat dich mit dem Spam... Mit dem, äh... Spam-Fluch verflucht. Und... Ja. Kurz darauf bin ich tot. Toll. Ja Freunde, das war's mit dem Video. Äh... Ist heute mal etwas kürzer geworden, weil... Das hat man ein bisschen vielleicht am Ende schon gehört. Es hat ein bisschen gerauscht, das Mikrofon, weil der Stecker nicht mehr richtig drin war. Äh... Also ist dieses Video das letzte der Woche und nächste Woche wird es dann wieder normal 5, damit ihr Bescheid wisst. Und das war's dann von mir. Haut rein und tschüss.